Jo, was geht ab? Mein Name ist HeidiToto und willkommen zu einem neuen Video. Wir sind heute im Swiss Megapark mit dem Galaxy TV. Wir sind in der Kamera und wir machen heute das Game of Tramp. Unglaublich, das geht so, jemand geht den Trick vor und der andere muss den Trick nachmachen. Wenn man den Trick nicht schafft, bekommt man einen T, wenn man ihn schafft, geht es einfach weiter. Und der, der das erste Tramp hat, hat das Spiel verloren. Es ist eigentlich wie Sau. Und ich denke, ihr versteht das. Ich hoffe, ich gewinne mal und dann würde ich sagen, legen wir los in 3, 2, 1. Ich würde sagen, wir legen eigentlich direkt los. Wir machen das klassischste Ching-Chang-Chung auf 1. Ching-Chang-Chung. Also, fährst du auch? Nein, du fährst ja. Ich mache den Backflip-Frontflip-Kompo. Zuerst mal langsam anfangen. Oh, nein! Können wir es auf dem anderen machen? Weil die Galaxy verschiss hat, habe ich jetzt zu sagen, was wir machen. Und ich würde sagen, wir machen das gleiche B. einfach Frontflip... Backflip, Frontflip. Oh mein Gott, Galaxy TV! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Tschöre, Stefan! Ich denke ich habe hier zu wenig Platz, können wir bitte auf das andere gehen. Abonniert mich. Ich habe jetzt schon ein T oder was? Ja. Ich kann nichts halten. Macht Sideflip oder gern? Ja also Sideflip. Einfach classic Sideflip. Wegschossen. Ich lebe. Sideflip. Aber ich darf ansagen. Ok, ich finde es ein bisschen feiss. Backflip mit Schuhe. Ja, noch ein bisschen. Nein, nein, nein. Dreh Backflips. Ok. Uh, knapp. Ich habe es geschafft. Ja. Oh. 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 Es zeigt. Es zeigt. Mann. Ich habe viel zu wenig für das Kind. Ja. Ich würde sagen Front Side. Nein, nein, nein. Front, Side. Nein, Side, Front. Ja. Oh nein. Zeig er nicht. Ich bin dran und ich mache jetzt einen vorwärts mit dem Stuhl. Ja. 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 Nein, 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 nein. Back aus dem Stuhl und dann gerade Front fliegt. Ja. Oh. Das war richtig scheisse. Ja. Ja. Ja, jetzt ist es so weit. Ja, jetzt ist es so weit. Back twist. Ich weiß nicht mal was das ist, oder? Back flip auf die Schuhe. Ah. Das muss ich niemals probieren, Alter. Willst du Buchstaben? Ja, Buchstaben. Ja, Buchstaben, ja. Erste R, Alter. Ja, erste R. Aber wir schaffen noch. Ja. Rücken, Bauch, Rücken. Und dann aufstehen und weg. Rücken, Bauch, Rücken. Also, ja. Rücken, Bauch, Rücken. Und dann aufstehen und weg. Kannst du das? Also, du fassst nach dem Rücken, kannst du so. Und dann, Bauch. Ah ja, easy. Gut. Schau, Schatz. Schau, Schatz. Schau, Schatz. Schau, Schatz. Oh, er hat es geschafft. Aber das ist richtig knapp. Scheisse gewesen. Ja. 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 Und ja, ähm, das ist nicht so lustig gewesen. Da machen wir jetzt auch weiter. Und wir haben es entschieden, nur bei TRM zu machen. Weil bei TRM ist viel zu viel. Weil wir können gar nicht so viel drücken. Da haben wir rausgefunden, da machen wir das noch fettig. TR, ich habe T und ich kann sagen, was wir machen. Backflip, so. So Backflip hochlaufen. So Wand hochlaufen, dann Backflip. Okay, mach. Also, ich mache das gleiche. Er macht das gleiche? Ja. Scheisse, Mann. Oh, okay, das ist ja. Okay, ich mache es genau gleich. Hoferlaufen. Hoferlaufen, dann Drei und Frontflip. Ja, ich schwieg. Mann, wenn du das schiesst, dass wir da drücken. Der Ritz ist da. Ich mache lieber nichts da. Zwei Frontflips. Also, zwei Frontflips. Tatsächlich, ähm, nur drüber ein Frontflip. Hier drüber? Ja. 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 Ich mache einfach Frontflip. Du hast zwar gewonnen, aber ich darf nicht. Es ist wahr, ich baue in die Kommentare. Ich bin so ein Bussi. Ich mache es mit Frontflip. Bist du gut? Easy. Aber du hast gewonnen. Okay. Ich habe es nicht gemacht. Ja. Ja. Ich bin mir nicht mal gestanden, oder? Nein. Das war's für das Video. Ich bedanke mich am Felix, dass ihr gekommen seid. Bis in Basel. Applaus wert. Ich meine es nicht ganz bis Tramp geschafft, aber ansonsten war es nicht mal so schlecht. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Bye.